Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur zweiten Folge vom Bundesliga-Check zur neuen Saison. Heute geht es weiter mit dem 1. FC Heidenheim und wir blicken wie bei allen anderen 18 Erstligisten auch hier auf den Kader, auf die Transfers, auf mögliche Neuzugänge und was eben auch in der neuen Saison so drin ist für den Verein, sprich für den 1. FC Heidenheim. Somit haben wir heute wieder viel vor. Übrigens gibt es auch noch zwei weitere Folgen heute zum Bundesliga-Check, damit wir auch wirklich jeden Bundesligisten bis zum Saison schon einmal komplett durchgecheckt haben. Und jetzt geht es erstmal los mit dem 1. FC Heidenheim. Wenn man dann einen Aufsteiger analysiert, lohnt sich hier umso mehr der Blick zurück auf die letzte Saison. Denn dadurch kann man natürlich auch schon mal sehr, sehr gut erkennen, was hat einen dort stark gemacht, was bringt der Verein mit für die Bundesliga und wie sieht es einfach generell aus. Am Ende wurde Heidenheim ja Tabellenerster und trotzdem war es ein furioses Saisonende, an dessen Ende man eben auch einen Punkt mehr hatte, als der HSV auf Platz 3 und punktgleich war mit Darmstadt. Es war wirklich ein Last-Minute-Aufstieg in letzter Sekunde durch ein hochemotionales Spiel, wodurch man dann sogar noch die Last-Minute-Meisterschaft geholt hat. Also dieser letzte Spieltag, dieses letzte Spiel in Liga 2, ich glaube, das bleibt für immer bei jedem Heidenheimer in Erinnerung, weil das war ja wirklich der absolute Wahnsinn. Und was für mich auch hier nochmal wichtig zu betonen ist, der Aufstieg von Heidenheim ist eine langfristige Entwicklung, ein langfristig stetiger Weg und deswegen ist man vollkommen verdient, jetzt auch in der ersten Liga. Man hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert, ist auch zum Beispiel jetzt deutlich weiter als noch vor ein paar Jahren, wo man gegen Werder Bremen in der Relegation gescheitert ist und ist jetzt auch vollkommen verdient in der Bundesliga. Besonders beeindruckt hat dabei in Liga 2 die zweitbeste Defensive mit nur 36 Gegentoren, sowie die zweitbeste Offensive mit 67 Toren und deswegen reden wir hier über einen vollkommen verdienten Erstligisten und schauen jetzt mal, was denn für Heidenheim so möglich ist. Denn natürlich ist das auch ein Verein, der vielleicht für den neutralen Zuschauer auf dem ersten Blick nicht ganz so ins Blickfeld gerät, wie möglicherweise andere, aber beim FCH macht man einfach solide, ruhige Arbeit und das zeigt sich, wie ich finde, auch an diesem Transferfenster. Wir haben in Sachen Abgänge nämlich keinen einzigen Leistungsträger, den der Aufsteiger verloren hat und meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall schon unglaublich viel wert. Dennis Buric ist in die zweite Bundesliga gewechselt oder in der zweiten Bundesliga geblieben zum Karlsruher SC und ist vielleicht noch der Spieler, der am ehesten noch eine Rolle gespielt hat, aber auch er war ja in den letzten Monaten nicht mehr ganz so wichtig. Andreas Geipel ist zu Jan Regensburg gewechselt, Marvin Rittmüller zu Eintracht Braunschweig und Melville Biancardi zu Arminia Bielefeld. Zudem ging es für Mert Aslan zu Lok Leipzig in die Regionalliga. Man hat zwar kein Geld eingenommen, alle Spieler gingen ablösefrei, aber es sind eben auch Abgänge, die vollkommen zu verkraften sind, ausschließlich Spieler von der Kaderbreite. Und das ist natürlich auch einfach unfassbar wichtig, wenn du eine Mannschaft hast, die du zusammenhältst, wo du keinen Leistungsträger verlierst, wie andere Aufsteiger es eben schon hatten. Und da hat Heidenheim auf jeden Fall schon sehr viel richtig gemacht. Und damit war nämlich auch klar, in Sachen Neuzugängen wird wie auch in den letzten Jahren nichts Verrücktes gemacht. Man hat eine richtig gute Substanz im Kader und diese, wie ich finde, mit den neuen Spielern echt nochmal wirklich gut auch verstärkt. Wir haben Marvin Piringer als teuersten Neuzugang von Schalke für etwas unter 2 Millionen Euro gekommen. Das ist für Heidenheim richtig viel Geld, das ist ein richtig guter Transfer, aber eben auch und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass Piringer in Heidenheim funktioniert. Ich verfolge ihn ja schon längere Zeit als Schalke-Fan, mag ihn sehr als Spielertypen und ich glaube, der passt da richtig gut rein. Tim Siersleben ist dann der zweite, der ein bisschen was gekostet hat vom VfL Wolfsburg festverpflichtet für eine halbe Million Euro, auch das ein richtig guter Deal. Benedikt Gimba ist dann von Jan Regensburg gekommen, für mich eine vollkommen solide Option auf der 6er-Position, defensiv starker Mittelfeldspieler, der auch mal Innenverteidiger spielen kann, bei Regensburg Führungsspieler war. Und dann ist noch Nikola Dovedan zurück. Er hat ja zuletzt in Österreich gespielt für Austria-Wien, auf den bin ich echt gespannt, welche Rolle er nun einnehmen wird. Omar Traoré ist ein neuer rechter Verteidiger, so ein bisschen als Ersatz für Rittmüller gekommen, der aber auch schon jetzt zeigt, dass er auf jeden Fall deutlich stärker ist als Rittmüller, Traoré, ablösefrei von Ostnerbrück. Ehren Dingschi ist dann der sechste Neuzugang, ausgeliehen worden von Werder Bremen. Eine flexible Offensivlösung, vor allem auch eingeplant für das rechte Mittelfeld und ich denke mal, damit fühlt man sich aktuell in Heidenheim auch sehr wohl. Man hat also etwas mehr als 2 Millionen Euro ausgegeben. Das ist sicherlich aber auch Geld, was man sehr, sehr sinnvoll investiert hat. Und vor allen Dingen hat man eigentlich nur Transfers getätigt, die jetzt nicht diese typischen Bundesliga-Aufsteiger-Transfers sind, wie es vielleicht andere kleinere Vereine in den vergangenen Jahren gemacht haben. Denn dort wurden ja oftmals eher erfahrene Spieler geholt, die schon in der Bundesliga gespielt haben. Das ist ja bei Heidenheim gar nicht der Fall. Das sind fast nur Spieler aus Liga 2 oder Liga 3 und das macht es für mich aber auch so unglaublich interessant, wie das nun funktioniert. Und damit werfen wir mal einen Blick auf die komplette Mannschaft und starten im Tor mit der ganz klaren und unumstrittenen Nummer 1, Kevin Müller. Der 32-Jährige hat sich eben auch mit dem FCH Schritt für Schritt mitentwickelt, war für mich ein richtig guter Keeper in der 2. Bundesliga und ist die unangefochtene Nummer 1. Dahinter ist Vidos Eicher als erfahrener die Nummer 2 und dann aber noch zwei junge Talente mit Paul Czernuth und Frank Feller. In der Abwehr für die rechte Seite Manon Busch und Omar Traoré, die sich in der Vorbereitung auch ein sehr interessantes Duell liefern, wer sich dort am Ende durchsetzt. Dann als typische Innenverteidiger Patrick Meinker, Thomas Keller und Tim Siersleben und mit Norman Teuerkauf haben wir einen sehr erfahrenen Spieler, der auch schon mit Braunschweig meines Wissens Bundesliga gespielt hat, der sowohl Sechser-Linksverteidiger und Innenverteidiger spielen kann. Dann noch Sadie Yayu als jungen linken Verteidiger plus natürlich den hier gesetzten Jonas Föhrenbach. Weiter geht es im Mittelfeld und dort hat man auf jeden Fall schon eine ganz gute Breite, was man hier sicherlich auch ganz gut sehen kann. Für die 6. Position Lennart Meloni und Benedikt Gimba, genauso wie Melvin Ramuzovic und Luka Janisch. Und dann haben wir etwas offensiver Jan Schöpner, Adrian Beck, Dennis Tomala und Kevin Sesser. Dann noch als etwas typische Flügelspieler, wenn man so will, Ehren Dingschi, Florian Pick, Tim Köter und Jan Niklas Beste. Vor allem der Beste, vor einem Jahr aus Regensburg gekommen, hat eine unfassbare Zweitligasaison gespielt. Freut mich sehr, dass er nun auch in der Bundesliga mit dabei ist. Im Sturm dann eben noch Nikola Bovedan, der offensiv flexibel einsetzbar ist. Die beiden Neuner, Tim Kleindienst und Marvin Pieringer. Und dann eben noch dahinter Christian Kühlwetter und Stefan Schimmer, sowie Talent Elidon Kinai. Und somit ist das mal der komplette Blick auf die Mannschaft von Frank Schmidt. Und genau daraus können wir dann mal eine erste Elf basteln. Und das ist natürlich schon sehr interessant, wie es eben auch Heidenheim rein taktisch angeht. Schmidt ist eigentlich jemand, der nahezu immer auf eine Viererkette setzt. Klar, auch Dreierkette wäre mal möglich, aber Viererkette ist schon das grundsätzliche System. Aber ab dieser Viererkette hin nach vorne wird es dann sehr flexibel. Im Tor ist natürlich klar, da ist Müller die Nummer 1 und Eicher die Nummer 2. Rechts hinten, wie vorhin schon gesagt, liefern sich auf jeden Fall Busch und Traoré in der Vorbereitung ein sehr, sehr enges Duell. Ich kann mir aber schon vorstellen, da Schmidt hier auch größtenteils erstmal auf die Spieler vertraut, die schon vorher da waren. Das wird nicht komplett so sein, aber teilweise. Und wenn man dann eben ein so enges Duell hat, sehe ich eher noch Busch vorne. Aber Omar Traoré präsentiert sich echt gut, obwohl er ja in der Karriere leider sozusagen die zweite Bundesliga übersprungen hat. Ist ja von Osnabrück Liga 3 jetzt zu Heidenheim gewechselt in Liga 1. Aber macht es echt gut. Gut, Innenverteidigung führt sicherlich aktuell kein Weg an Meinker und Sears Leben vorbei. Da will man zwar transfertechnisch nochmal was machen, auch in der Vorbereitung lief es jetzt nicht überragend gut. Aber das Innenverteidiger-Duo aus der zweiten Bundesliga hat sicherlich hier sehr, sehr gute Chancen. Thomas Keller hat man hier als ersten Ersatz, sowie eben dann noch Benedikt Gimber und Norman Teuerkauf als flexible Lösungen. Teuerkauf habe ich jetzt erstmal links als Backup für Föhrenbach. Der ist natürlich auf der Position ganz klar gesetzt. Klar, Yajiru, ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs richtig aus, aber natürlich hier noch als jungen 18-jährigen Linksverteidiger. Doppel 6, wenn man denn dann mit ihr plant, wird, glaube ich, zu Beginn an Meloni und Beck gehen. Aber genau hier beginnt eben auch dann die Flexibilität. Denn einen typischen Sechser, den bietet Frank Schmidt eigentlich immer auf. Da hat Lennart Meloni auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen. Gimber haben wir hier erstmal als Backup. Teuerkauf, Ramuzovic und Janisch können das natürlich auch spielen. Aber die Position daneben, die ist dann schon sehr flexibel. Es könnte auch sein, dass man mal auf ein 4-3-3-System baut. Dann hätte man neben Meloni wahrscheinlich Beck und Schöpner. Sollte man auf dieses 4-4-2-System setzen, was auch dann mal zum 4-1-3-2 werden könnte, hat man neben Meloni Beck, Schöpner oder sogar auch Dennis Tomala als Option und ist hier auf jeden Fall sehr flexibel aufgestellt. Ansonsten ist auf jeden Fall Niklas Beste ganz klar gesetzt auf den Flügeln und auf der rechten Seite hat sich Ehren Dingschi als Neuzugung auf jeden Fall sehr, sehr gut in den Fokus gespielt. Auch hier könnte es sein, dass vielleicht Pick auch sehr nah dran ist und vielleicht die ersten 1-2 Spiele macht und dann Dingschi reinkommt. Ich glaube, hier könnte die Bremer Leihgabe einen Ticken vorne sein. Kevin Sesser ist hier noch eine weitere Option, genauso wie Dovidan natürlich generell für die Offensive. Köter hängt da sicherlich nochmal ein bisschen hinten dran. Und dann, wenn man mit einer Doppelspitze plant, geht natürlich eine Position zu 100% an Tim Kleindienst. Ich bin mir aber auch sicher, dass Neuzugang Marvin Pieringer eine wichtige Rolle einnimmt. Man hat ja nicht einfach so gute 2 Millionen Euro in die neue Nummer 18 in die Hand genommen. Ansonsten auch dahinter Kühlwetter, Schimmer, Tomala, der eben dann die klar hängende Spitze wäre, wenn man mit ihm vorne drin plant. Oder eben auch Kinai als junger Spieler hat auch hier Schmidt verschiedene Optionen. Denn man könnte auch genauso gut im 4-2-3-1 planen, wo dann Kleindienst wie die klare 9 wäre, wo dann Tomala oder auch Pieringer die hängende Spitze geben können oder auch ein Dovidan. Also vorne hin, da ist es auf jeden Fall sehr flexibel ausgelegt. Und genau so will es aber eben Heidenheim auch spielen. Gerüchteküche, die ist bei Heidenheim auf jeden Fall aktuell nicht ganz so hoch am Kochen. Es gibt nämlich aktuell keine konkreten Namen, über die wir hier mal sprechen können. Aber es gibt konkrete Positionen, wo der Geschäftsführer Holger Sandwald nochmal nachlegen soll. Denn man sucht vor allen Dingen einen neuen Innenverteidiger. Jakov Medic war ja hier zuletzt als Gerücht von St. Pauli mittlerweile ja zu Ajax Amsterdam gewechselt. Aber man sucht wohl nun auch erst recht nach einem neuen Linksfuß. Medic wäre das ja nicht gewesen. Hätte man ihn bekommen, wäre man aber trotzdem sehr zufrieden gewesen in der Innenverteidigung. So will man jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gerne hier nochmal einen linksfüßigen Innenverteidiger hinzuholen. Und das ist wohl auch die Zone, wo man auf jeden Fall noch was machen will. Schräg, schräg, was machen muss. Aber auch ein neuer Sechser ist wohl noch möglich. Quantitativ ist man dort ja wirklich breit aufgestellt. Aber man bräuchte vielleicht nochmal einen ganz guten Ballverteiler. Vielleicht müsste aber hier erstmal einer gehen. Kandidat natürlich vor allen Dingen auch Ramuzovic. Grundsätzlich natürlich auch einer wie Tim Köter, ein Abgangskandidat. Solche sind einfach ganz klar hintendran. Aber Heidenheim hat frühzeitig den Kader schon so aufgestellt, dass man in die Saison rein starten könnte. Man hat frühzeitig die Translässe getätigt, die man wollte und wird sich eben nun noch dann gezielt verstärken. Und dann reden wir auch nochmal ganz konkret über den Trainer, der hier schon ein paar Mal genannt wurde. Und das ist ja Frank Schmidt. Und Frank Schmidt ist seit 2007 bereits Cheftrainer vom 1. FC Heidenheim. Seit 2007. Das muss man sich mal vorstellen. Damit ist er direkt auch der dienstälteste Trainer in der Bundesliga. Ja, auch nochmal vier Jahre mehr als Christian Streich. Und es ist wirklich Wahnsinn, welche Entwicklung er gemeinsam mit dem Verein genommen hat. Also das ist schon wirklich eine wunderbare Geschichte, die es im Fußball sicherlich so häufig nicht mehr geben wird. Und natürlich passt er auch einfach perfekt zum Klub. Und das Vertrauen in ihm als Trainer, das ist riesig. Und auch das wundert natürlich keinen. Sein Vertrag, der läuft noch sehr, sehr langfristig für einen Trainer. Vier Jahre bis 2027. An ihm gibt es überhaupt gar nichts zu diskutieren. Also selbst wenn das Abenteuer Bundesliga so gar nicht funktionieren würde, wäre Frank Schmidt unumstritten. Und das auch vollkommen zu Recht. Abenteuer Bundesliga. Gerade schon mal angerissen. Und dann ist natürlich die große Frage, was ist denn drin für Heidenheim? Für eine Mannschaft, die sicherlich viele als glasklaren Absteiger sehen. Und was man auf jeden Fall auch sieht, ist Mut. Mut, der auf jeden Fall dabei ist bei Heidenheim. Man will in der Bundesliga durchaus überraschen. Und ja, der Klassenerhalt ist auch das Ziel. Denn Frank Schmidt, der hat auf jeden Fall klar gemacht, ja, wenn man in die Bundesliga aufsteigt, dann will man eben nicht nur mitspielen, dann will man auch die Klasse halten. Und so ist auf jeden Fall das klare Ziel vom Trainer. Und man merkt auf jeden Fall, die Mannschaft, die hat auch diese volle Überzeugung, das schaffen zu können. Das Team steht zusammen und will eben auch in der Liga überraschen. Für mich machen auch die Transfers einen wirklich guten Eindruck. Es gibt gute sportliche Argumente, warum Heidenheim die Klasse halten kann. Es gibt zum einen eine Mannschaft, die zusammengeblieben ist und nochmal verstärkt wurde. Man hat eine sehr, sehr homogene Truppe, die einfach Lust hat, gemeinsam Fußball zu spielen, plus einen Trainer, den so schnell nichts umwirft. Für mich ist aber hier so ein bisschen die Frage, wen kann man denn hinter sich lassen? Also welche Bundesligisten sind wirklich dann die Teams, die Heidenheim hinter sich lässt, wo man wirklich dann auch überraschen kann? Denn meiner Meinung nach macht der FCH echt einen guten Eindruck. Für mich wird es aber trotzdem schwer, einfach bedingt durch die Konkurrenzsituation. Wäre man vielleicht noch mit ein, zwei anderen Mannschaften aufgesteigen, neben Darmstadt oder halt dann mit drei Mannschaften, die ein ähnliches Niveau haben, dann wäre es sicherlich nochmal ein Ticken einfacher gewesen, in Anführungszeichen 16. zu werden. Aber so ist es dann schon wirklich schwierig, zwei bis drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Aber für mich macht Heidenheim echt einen guten Eindruck. Und was ich wirklich gut finde, fußballerisch, da wird man nicht abweichen wollen von dem, was man schon in der zweiten Bundesliga so gespielt hat. Und jetzt interessiert mich auch nochmal eure Einschätzung zu Heidenheim. Glaubt ihr, der FCH kann die Klasse halten? Und wenn ja, welche Teams landen dann für euch dahinter? Wer sind die potenziellen Abstiegskandidaten? Ansonsten könnt ihr auch mal sehr, sehr gerne abstimmen, was ihr denkt, auf welchem Platz Heidenheim am Ende der Saison landet. Dafür müsst ihr einfach nur beim ersten Kommentar oder in der Videobeschreibung gucken. Da gibt es einen Link, klickt ihr drauf. Müsst ihr nur eben einmal anklicken, Platz 1 bis 18, wo ihr das Team einschätzt. Und daraus kann ich dann eine richtig interessante Abschlussabelle basteln mit euren ganzen Stimmen. Im nächsten Video, und das kommt heute Nachmittag schon online, geht es weiter mit dem FC Augsburg. Schaut auch dort gerne wieder rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder im Bundesliga-Check. Macht es gut, ciao. Und bleibt am Ball.